Ich darf jetzt erstmal noch so'n Deckel holen hier, wieder. Man könnte sagen, erst kein Pech, dann kommt noch Glück hinzu, aber es gab auch keine Situation, wo ich hätte Pech erlangen können. Also holen wir uns jetzt. Hallo. Sie winken uns so schön zu. Die Scheibe ist doch komplett sauber. So, ihn lassen wir da oben. Ich habe nämlich keine Lust, die umzubringen. Ausnahmsweise mal nicht. Ich lasse sie am Leben, weil es Sturmtruppen sind, natürlich. Auch nur. Aber die bringe ich schon wieder um. Mit dem Fenster putzen finde ich ganz lustig. Müsste mal Window Cleaner spielen. Das ist so ein herausragendes Spiel. So, das ist atemberaubend pur. Also mir hat es keinen Spaß gemacht. Oh nein, das war jetzt kein Aussprachfehler. Ach nein. Ach nö, ach nö, ach nö. Ich hasse diese Stelle. Ich weiß nicht wieso. Ich hasse sie einfach. Weil immer wieder neue Sturmtruppen kommen. Während wo man sich drauf konzentrieren muss, dass die einen nicht den Helm von Arue beballern. So, dann muss man das Ding erstmal wieder zusammenbauen. Und jetzt klappt erst der Fahrstuhl. Und jetzt kommen wir schon wieder neue Sturmtruppen. Schnauzi. Komm her, schnauzi. So, und hier oben sind keine. Das ist gut. Klappe. Wenn mich jetzt jemand angeballert, nachdem ich den Helm erhalten habe, dann dreh ich am Rad. Deswegen ist es kacke, hier auch allein zu spielen. Hier könnte man sich sonst zu zweit einen Helm holen. Weil du verlierst den immer wieder. Vor allem, die können die ja nicht mal umbringen. Was soll denn der Rotz? Das ist doch einfach nur noch scheiße so. Und jetzt springen die hier rauf. Kommen hier angeschissen. Kriegen aus dem Maul. Soll ich da unten entschießen, Luke. So. Wir wissen, wenn ich den hole, dann kommt wieder einer von da hinten an. Nicht? Boah, haben wir ja mal Glück gehabt. Ich kann mich jetzt wirklich als Wunder bezeichnen. Und gleich darf ich mir eh wieder einen neuen holen. Nämlich jetzt. Schön, dass mich hier keiner trifft, wegen diesem Ding. Ich siehe aber auch nicht. So, machen wir jetzt mal das Ding hier zu. Gehen hier rüber. Und jetzt könnten wir sie von hier abschießen. Kriegen wir aber auch nicht hin. Also gehen wir hier rüber. Bevor jetzt irgendwas anderes passiert, hätte ich hier am liebsten aufgemacht. Habe ich den Helm noch auf? Nein. Ups. Ja, das können wir jetzt die ganze Zeit so weitermachen. Jetzt lasst mich hier rüber. Und ja, ich darf jetzt noch mal den ganzen Aufstuhl wieder runterlaufen, dann aufwarten und mir einen neuen Helm holen. So, wenigstens funktioniert das. Wenigstens hier keine Bugs in dem Spiel dann. Finde ich auch soweit so gut. So, wenn ich Glück habe, kriege ich den Fahrstuhl sogar noch mit. Ja, perfektes Timing. Ich habe es drauf. Also Nutella. Auf meinem Kopf. Nicht. Natürlich nicht. Warum er sich das jetzt vorgestellt hat. Der gehört bestraft und... So, hi. Tschüss. So, kommen wir jetzt nicht die Stelle gleich mit den 500 Sturmtruppen? Nein. Nein, warte. Ah, er ist eingefangen. So. So ein dummes Versteck für einen Minikit-Deck. Der guckt doch keiner nach. Weil, ich denke, wir müssen nach vorne. Rennen. Cool, eins von drei. Bringt mir nichts. Weil ich hier nicht zwei und so kriegen werde, oder? Oder doch, zwei habe ich. Ach doch. Man, war das ein einfaches Minikit. Und jetzt kann ich mich hier durchkloppen. Mit Chewie würde ich hier die meisten und die Arme rausweisen, statt zu kloppen. Das ist immer so witzlos, dann. Tschüss. Das Maul. Das ist auch das Maul. So, ich brauch mit der mir jetzt Hilfe. Zumachen. Und hier auch noch zumachen. Bitte. Nee, hier kommt keiner mehr, habe ich das Gefühl. Wäre nämlich zu schön, wenn die jetzt nach einer Zeit wieder aufgehen würden. Warum? Die gehen wieder auf. Ach ja. Alter. Alter. Alter, nee, ne? Geht mir nicht auf Eier. Na, jetzt tankt die doch mal bitte und lasst mich hier nur fällig arbeiten. Tschüss. Brauchen wir uns einfach eine Lego-Tür. Und willkommen beim Falken. So, wie verfolgt es noch? Herzlich willkommen übrigens. In meiner Stadt. So, Falken Nummer 1 hochgesetzt. Nee, noch nicht. Jetzt hier. So. Momento. Hi, Jungs. Auch hinter Umsturm-Truppen eigentlich. Ich hab' immer gefragt. Aber mehr Wumpe. Ach ja. Jetzt weiß ich auch, wie ich da oben an die dran komme, an die Beinen. Nachdem man gute 5 Minuten hier gewartet hat. Geht es jetzt... Hier oben hoch. Hi, Jungs. Auch ihr könnt mich da auch noch nicht abhalten. Und dann im Hintergrund kämpfen die so schön. So, jetzt kommt das erste Mal. Sturm-Truppen. Hier ist mal, wenn man den einen hochgesetzt hat. Mit dem Millennium Falken. Kommen da Sturm-Truppen. So sind's hier. Ich hätte gerne das Mini-Kill. Und die ganzen anderen lustigen Sachen hier. Ich könnte es auch einfach ignorieren, indem ich einfach komplett mit den Ruinen rumrenne. Um mir die anderen Dinger zu holen. Oder um mich töten zu lassen. Was ich auch sehr gerne tue. Sterben. Das ist eines meiner Haupthobbys. Natürlich nicht. Schluss, wenn man da oben die ganze Zeit die Kämpfe mal hört. Ich komme hier noch umdrehen. Und mal wieder Luke von Tatooine. Offen mit Todesstern aber von Tatooine. Also Luke Tatooine auf Todesstern. Ist ja toll. Noch was mit T. Tobend. Trooper. Töten. Getötet werden. Getötet werden ist ja gut. Was ist das? Die anderen die einfach nicht kaputt machen können. Das wird das Spiel so viel vereinfachen. Ich weiß nicht, warum die das damals nicht eingebaut haben. Und dann selber zu wenig zu tun hat, oder was? Guck mal ran hier. Wir machen das jetzt mit dem Fuß. Dann halt nicht. Okay. Nein, wir lassen die Frau nicht ansteuern. So, wenn das jetzt auch wieder hier nicht klappt, dann fress ich den Besen. Ich hab nur nicht getroffen. Kein Grund zur Aufregung. Zack. Und bald haben wir's ja. Ich brauch nur noch einmal hier. Ne, zweimal. Zweimal. Den und das nächste Mal. Und ich sterbe nochmal, wenn das so weiter geht. Nein, Stummtruppen sind zu blöd zum Treffen. Und die legen überall genug Herz drum. Aber ich werd trotzdem sterben. Ja, weil ich Spaß dran habe. Oh, herkommt C-3-4-O. Nein. Nicht mit C-3-4-O vorrennen. Das dümmste, was man machen kann. So. Jetzt hätt ich aber gern den Kollegen over. Wo kommen die anderen nach? Das wäre fein. Nein, die anderen kommen natürlich nicht nach. Wo sind denn die anderen? Ach, klasse. Die anderen machen mal wieder nichts, außer nur rumstehen. Alles muss man selber machen. Mann, 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 Mann. Aber egal. Dadurch haben wir auch Level 5 jetzt geparkt. Gucken wir uns noch schön an, wie leider Obi-Wan es gibt. Was soll denn das? Und weg ist er. Nein, Laufflug. Also, Ratsui saß im Cockpit. Aber Han Solo nicht, weil der hat mich ja reingezogen. Sehr geil, dass sie auf sowas wirklich alles achten. Die Kleinigkeiten achten sie, aber die Hauptsache nicht, aber solange die Tides berücksichtigt werden. Berücksichtigt werden. Ja. Angriff auf den Todesstern, müsste das doch jetzt heißen. Rebellenangriff. Ja, siehste, ist Angriff auf den Todesstern, sagte ich. War ich mir so sicher. Das konnte mir einfach keiner glauben. Hallo. Hallo. Die Todessternpläne. Da lang und dann, bam. Augenkrebs. Und der andere fällt um. Epidivischen Anfall und so. Und der Todesstern hat sich in Bewegung gesetzt. Hallo. 4 X-Wings und 2 Y-Wings. Und du weißt natürlich wie man so ein Ding direkt fliegt. Und baut es gehen die Flügel nicht auf. Yay. Jetzt geht der Spaß los.